willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir dem torsten und ihr seht das schon dass immer wenn man einloggt und die clanspiele sind vorbei dann wird man immer hierhin gesucht also oder hin transformiert also zur karriere des clanspiel ich sag mal klar spielhändlers und ich wollte aber heute mal der frage auf den grund gehen ich habe das erste mal jetzt mit einem charakter 4000 punkte rein gefahren nämlich mit dem donnerbengel das habe ich hier in dem clan black nights gemacht in dem war ich jetzt eine woche lang und habe hier so ein bisschen ich nenne es mal so ein bisschen geholfen wir haben die clanspiele nicht nicht geschafft 40.000 punkte seht ihr da unten man musste mindestens 12,5 leute haben die hier volle punktzahl haben also 13 leute die volle punktzahl haben dann schafft man das und ich bin jetzt wirklich mal gespannt ob ich das also denn diesen bonus unten ist dieses grüne plus er jetzt im moment gerade weg ob ich den bonus denn jetzt auch hier bekomme auch wenn die clanspiele nicht fertig gemacht wurden beziehungsweise nicht geschafft wurden ist mir eigentlich ein rätsel dass man das in so einem clan nicht schafft denn der clan ist relativ voll mit 50 fast 50 leuten aber es gibt halt so viele tote accounts vielleicht mal ein bisschen zeit hier auszumisten oder so aber ich möchte ganz gern noch eine frage auf den grund gehen denn ich werde den clan jetzt einfach mal verlassen und mal gucken ob ich dann auch noch die clanspiel ergebnisse mir doppelt abholen kann also einmal aus allen tiers und dann kann ich mir noch eine zweite sache aus einem anderen tier aussuchen das habe ich noch nie gemacht also premiere vielleicht klappt es jetzt auch nicht keine ahnung also ich verlasse den clan erstmal das ist hier abgesprochen dass ich nach den clanspielen hier raus gehe und im moment steht immer noch ergebnisse da okay ich kann es also machen und muss allerdings mal wieder vorher etwas machen ich würde sagen dass wir die ganzen tränke hier oder schaufeln verkaufen also so mache ich dass ich es ich setze das eigentlich immer ganz gerne in james und ich brauche die beiden schaufeln im moment tatsächlich nicht also ich kann hier zwei schaufeln mal verticken hier hinten den powertrank glaube ich auch mal verkaufen und kann mir jetzt hier jetzt müsste ich eigentlich in jedem tier hier etwas rausnehmen können den trank die beiden schaufeln die james den trank und den trank wieder hinterher irgendwann kommt das neue rathaus also ich kann mir hier die belohnung abholen und jetzt müsste ich mir noch eine belohnung abholen können zusätzliche belohnung auswählen okay zusätzliche belohnen auswählen das hört sich gut an was nehmen wir da ich glaube ich nehme hier mal die mauerringe habe ich eben ein bisschen zu wenig von und holen mir jetzt auch die belohnung ab also richtig krass finde ich gut ist für mich das erste mal ich weiß ihr lacht da jetzt vielleicht drüber ja habe ich letztes mal schon gemacht ne ich habe es letztes mal leider verpasst das mitzunehmen und aber diesmal habe ich über 4000 punkte mal eingefahren ist auch der einzige account mit dem ich das letztendlich geschafft habe und die mauerringe ich muss mal eben schauen im moment sind die mauern ja um 50 prozent reduziert braucht man hier immer vier also ist das auch an mauerringen eigentlich reduziert oder ist das nur an gold und elixir reduziert das weiß ich nämlich gar nicht ob die nicht sowieso nur immer zwei kosten oder ob die eigentlich vier kosten und jetzt um die hälfte reduziert sind und nur zwei mauerringe kosten keine ahnung ich bin mit dem account aber weitgehend durch hier das heißt ich habe jetzt noch 195 mauern vor mir und ich würde sagen ich wechsle eben mal auf dem anderen zähne account da können wir nämlich auch ein bisschen clash of clans noch spielen ok hier habe ich das ganze jetzt vorbereitet und ich habe jetzt eben doch wer fünf sachen nehmen können ich meine hier habe ich jetzt nicht so viele punkte rein gefahren und kann auch fünf sachen nehmen was jetzt nicht schlecht ist ich habe das jetzt glaube ich eben genauso gemacht wie hier auch allerdings habe ich hier nicht die gems genommen sondern da er die mauerringe ok das können wir ruhig so lassen und nehmen wir hier das elex oder nehmen wir hier das buch ich glaube ich nehme ich glaube ich nehme das buch mit dem elex kann ich nur mauern machen mit der elex rohne aber da lässt sich auch was anderes mit machen als dies die truppen hier truppen muss ich ach komm wir nehmen das gutes kampf ist das passt so das passt so also hier habe ich auch fünf sachen jetzt bekommen hier habe ich jetzt kein bonus gekriegt ist aber auch nicht so schlimm wir haben die clans spiele ganz locker hier rum bekommen und ich muss mit dem account allerdings noch ein bisschen was machen der hat jetzt zwei mauer mehr als der andere das ist aber das ist eine andere geschichte die spieler beide recht parallel hoch hier beide accounts und hier dauert es jetzt auch erstmal ein bisschen im labor ich meine okay ich hätte jetzt das buch des kampfes und könnte in google fertig machen habe ich aber nicht wirklich super mehrwert von denn ich habe im moment ein bisschen zu wenig dunkles um hier die restlichen sachen zu machen das heißt erdbeben zauber skelett zauber und die minions das sind die drei sachen die ich hier noch machen muss mit diesem account ich hatte ja kurzfristig den bett spell dazwischen geschoben dass der auf drei ist hier dass ich auch hier so ein bisschen was mit bets machen kann aber ich muss hier noch so ein kleines bisschen in pass spielen und die zwei sterne hier die würde ich auch gerne noch mitnehmen für den bonus hier habe im moment hat euch habe ich habe eine karre wenn es also ganz ganz heftig kommt dann nehme ich natürlich auch immer gerne eine karre also ganz heftig vom lud her ich weiß nicht ob ihr dann immer die karren nimmt also ich nehme sie jetzt immer wir haben hier genug zwölfer mittlerweile auch bei den herausforderern denn wir spielen hier auch in zweieinhalb tagen glaube ich die liga wieder only 11 und only rathaus 12 also wieder eine 15 der rest muss dann leider wieder weichen ist leider so und heute morgen muss ich echt mal lange suchen hier dass ich hier was passendes finde passend heißt immer viel loot mitnehmen das ist noch nicht viel leute da habe ich die letzten tage hier ein bisschen mehr gesehen aber vielleicht ist im moment jetzt zeit und stunde nicht so gut ich habe jetzt gerade nicht auf den auf den lotmeter geguckt aber hier ist zumindest was gold und elex angeht aber der zu wenig dunkles ist egal die mit denen wir trotzdem die nehmen wir trotzdem mal mit für zwei sterne worte hier king queen ist da unten okay die tanz hier unten rum das ist cool was ich habe natürlich hobgys am start okay ist nicht so schlimm ist nicht so schlimm dass ich hier die hockrider habe wir nehmen wie die helden mit rein ein paar von denen und ich habe immer ja okay ich habe jetzt zur vorsicht immer mauerbrecher dabei das hat einfach den hintergrund dass ich manchmal die kache halt nicht nehme und dann nehme ich natürlich die mauerbrecher mit aber ich glaube hier in die hype tote base will ich ja jetzt nicht sagen das ist wahrscheinlich jemand der hat jetzt die ersten tage hier nicht so heftig gespielt nachdem die lila losging so lang ist die ja noch nicht muss jetzt ein bisschen warten hier mit meinen wut zauber was habe ich hier drin ich habe hier wieder loons drin okay ich habe hier loons drin und dann nehmen wir die hocks über diese seite hier muss jetzt auch gleich schon hier so ein bisschen heilen am bomben turm und in der mitte hat sie queen aber schon mal gerissen hier die muss jetzt auch mal zünden nicht dass ich die vergesse der magierturm da hinten ist erstmal offline clean up clean up clean up nicht zu vergessen hier aber die base war jetzt wirklich nicht so stark ein heil zauber noch dort und ich denke mal hier am bomben turm kümmerung einnehmen dann haben wir das da auch weg zack also die spielchen gewinnen wir in jedem fall queen ist auch noch dabei nur noch ein eine defense ein bisschen üben hier mit dem cna genau solche sachen hier ist jetzt nicht ganz realistisch keine klan buch keine klan keine ck base sondern eine farm base hier macht aber nichts einfach um das ganze setzen so ein bisschen immer wieder zu checken ist das glaube ich ganz gut für mich ich muss sie im klang krieger noch angreifen heute und ich bin mal gespannt wie das mit meinem mit den zehnern hier so ein bisschen weiter geht gerade jetzt wo die mauern ja so günstig sind ist man ja schon ein bisschen gezwungen ich meine nicht nur die mauern sondern auch die gebäude und zu den gebäuden gehört natürlich auch ein rathaus so den bonus haben wir hier drin und die training nicht quick nach ich wollte eigentlich eine andere truppe nach train nämlich mal was ganz anderes lasst mich mal eben lasst mich das mal eben machen ich wollte aber nur vier nehmen ein davon ein davon ein paar magier brauche ich auch ja die nehmen wir mal mit ein pecker glaube ich und ganz ganz viele hiervon ganz ganz viel ist gut ich glaube ich brauche doch ein bisschen bisschen mehr von ihnen hier 23 stück nehmen wir das mal nehmen wir das mal somit ich wollte die mal trainieren hier mit zwei wut und zwei wut und drei heilen ich glaube so machen wir es mal zwei 3 queen charge muss da ein bisschen gehen kann mit reingehen mal sehen was man mit der armee noch so anstellen kann aber ich habe jetzt den pass fertig habe den pass jetzt glaube ich auch hier fertig jawohl wir sind über 27 26 brauchen wir glaube ich die letzten beiden spiele hier und dann geht das hier okay war ich jetzt länger nicht drin also auch hier kann ich mir jetzt die ganzen gewords abholen und das dunkel kann ich in jedem fall gut gebrauchen buch der helden muss ich mal gucken ist halt ich will es nicht beschönigen aber ist halt nur der silber pass aber auch der glaube ich lohnt sich hier den ganzen pass durchzuspielen ich meine ich hätte hier auch alles schon voll 5 millionen kommen da noch drauf 55 und das im moment ja bei den mauerpreisen die ja wirklich jenseits von gute und böse sport sind also immer schön nur eine mille hier rein einmal und zweimal er wollte also ich muss hier noch ein bisschen klankrieg spielen das werde ich vorbereiten ich glaube ich hatte mir die elf vorgenommen ja ich weiß nicht genau mal die mit meiner machen kann oder ob ich lieber luft nehme mit einem knackigen queen walk hier rein beide helden mitnehmen allerdings hat er genau das was ich ja machen will hat auf max level nämlich die die luft abwehren und der rest ist jetzt nicht so stark deswegen habe ich gedacht ich komme lieber dann mit dem hier rein was die meiner nicht so aufhält und das sind eher weniger die luft abwehren da muss ich mal gucken mal sehen wir gucken uns mal hier den einen oder anderen angriff glaube ich mal an und nehmen ja mal ein aus dem höheren bereich nicht muss ich mal gucken wie das hier so aussieht auch avatar ist auch schon angegriffen worden hoch und zwei teilen 99 prozent okay aber ich glaube im moment hält die base von alex ganz gut mal sehen ich habe im moment nicht habe ich habe noch ein bisschen ältere bases also ich brauche dringend mal ein paar neue designs und da halte ich dann aber letztendlich im discord mal ausschau mal sehen wie der manuel das hier gemacht hat mit drei stern ob das jetzt ein truppen vorschlag ist was hat er gemacht auch a pecker bobert ok pecker bobert rathaus elf bereich bin ich noch nicht ganz so erfolgreich da bin ich noch so ein bisschen in der in der findung nimmt die aber mit ein paar loons gleich beide inferno türme raus sehr sehr schön gemacht schafft er den da wirklich auf der ecke jawohl schaffte auch und unten der pfanne mit elektro drachen und jetzt kommt die karre hier rein einmal jeweils mit ok mit pecker natürlich kommt der pecker part der geht hier auch schnurstracks richtung rathaus und keine infernus mehr da das natürlich echt geil also echt cool gemacht und cool sehen dass man das so machen kann die standen relativ unverteidigt und hat jetzt eigentlich nur noch erstmal den adler zu trümmern bevor damit den mit den betzpels losgeht und ihr seht das hier der ganze flächenschaden ist schon weg der ganze flächenschaden ist schon weg das heißt die magiertürme waren glaube ich unten noch auf einer ecke und muss ich glaube der musste nichts mehr frisen der musste nichts mehr frisen alles nur noch der punktschaden also wirklich nur noch defensive die auf keinen flächenschaden mehr macht also die x-bögen sind natürlich gefährlich die machen viel schaden und ballern die die betz auch recht heftig weg ihr seht dass die packen das nicht ganz aber sie nehmen trotzdem eine ganze menge raus und jetzt mit den vielen bolan und auch mit dem mit dem pecker part noch da ist das in jedem fall zu schaffen jetzt noch mal denn jetzt hat er erst den king gezündet queen kann auch noch zünden alle sind in der worten aura schön schön gemacht die schön gesehen von manuel und da muss ich mein auge auch noch mal so ein bisschen besser schulen glaube ich um die schwachstellen in solchen basis zu erkennen die dann ganz schnell rauszunehmen wie er das sie gemacht hat mit den beiden inferno türmen und dann den rest aufräumen betzpels mal ohne fries okay kann man mal machen nicht schlecht cool gemacht sehr sehr cool gemacht was hat er da so an truppen ab und zu nehmen nehme ich die dann auch mal und gucke mal was damit geht vielleicht leicht modifiziert aber so sieht das ganz gut aus zwei betzpels jeweils in der klanburg damit die max sind und er nimmt selber drei stück mit rein die beiden eil zauber kann man mal machen okay ich muss aber mit dem avatar auch noch an ich sehe es aber ganz zuversichtlich hier dass wir hier auch ganz gut abschneiden wenn euch die folge gefallen hat also klarspiele haben wir jetzt mal abgeschlossen das waren wirklich fragen die ich auf hatte weil ich es wirklich nicht wusste an der stelle also haben habe habe ich das zumindest mal für für mich gelöst ich hoffe es war noch was für euch dabei wenn ja dann lasst mir einfach am ende einen daumen nach oben da wenn euch das video gefallen hat abonnieren nicht vergessen glocke stellen damit ihr kein video mehr von mir verpasst und ich würde sagen wir sehen uns mit weiteren folgen euer toto ich bin ein bisschen außer atem leute euer toto clasht